Hallihallo, hier habe ich eine weitere Aufgabe, Aufgabe 2 und ich habe diesmal keine Formeln ausgepackt, sondern nur die Trockenmasse in Prozenten hier ausgedrückt, weil Wassergehalt immer noch 14% ist. Wie gesagt, das werden wir zur Vereinfachung bei allen Aufgaben annehmen und die Aufgabenstellung lautet Die Himmelsche Landesuntersuchungsanstalt hat bei einer Rogenmehlprobe von 5 Gramm einen Mineralstoffgehalt von 52,5 Milligramm ermittelt. Laut Herstellerangabe soll es sich um Rogenmehl der Type 1150 handeln. Ist die Herstellerangabe korrekt? Überprüfe rechnerisch. Ich habe mich entschieden, diese Aufgabe mit drei Satz zu lösen, als alternative Rechnung. Hier ist aber ganz wichtig, dass man versteht, was aufgeschrieben wird und was dementsprechend gleichgesetzt wird. Deshalb gehen wir alle Schritte klar und deutlich durch. Also, in einer Rogenmehlprobe sind 5 Gramm enthalten. 5 Gramm der Probe entsprechen 52,5 Milligramm Mineralstoffgehalt. Deshalb müssen wir 5 Gramm nicht direkt gleich, sondern mit so einem Dach, das heißt entsprechend Zeichen, 52,5 Milligramm. In diesem Fall müssen wir die Einheiten nicht unbedingt umrechnen. Nun ist die nächste Frage, wie viel Milligramm sind in 100 Gramm enthalten? Das können wir mit x Milligramm bezeichnen. Nach einem Dreisatz müssen wir entweder hier von 5 Gramm auf 1 Gramm rechnen und erst dann auf 100 Gramm. Das wäre dann ein richtiger Dreisatz. Wir können aber direkt von 5 auf 100 rechnen, das heißt 5 mal 20 und ebenso, weil wir in diesem Fall Proportionalität haben, auch ebenso rechts mit 20 multiplizieren. Oder man kann direkt 100 mal 52,5 rechnen und durch 5 teilen. Das heißt so über Kreuz multiplizieren und hier über Kreuz durch 5 teilen. So bekommt man im Prinzip das gleiche raus. Okay, nach meiner direkten Rechnung ist dann x gleich 1050 Milligramm und das ist noch keine Antwort. Das bedeutet 1050 Milligramm Asche sind in 86% Trockenmasse enthalten. Deshalb müssen wir noch eine Gleichung hier aufstellen. 86% Trockenmasse können wir als 86 Gramm Trockenmasse in 100 Gramm Trockenmasse schreiben. Die Sache ist, das was man hier berechnet hat, 1050 Milligramm Asche entsprechen diese 86 Gramm Trockenmasse. Also schreiben wir 86 Gramm Trockenmasse gleich 1050 Milligramm Asche oder Mineralstoffen. Nun müssen wir bei 100 Gramm Trockenmasse x Milligramm Asche berechnen und eventuell zum Schluss in Gramm umwandeln. Um x herauszufinden, würde ich ebenso über Kreuz multiplizieren, also 100 mal 1050 und durch 86 teilen. Weil wenn ich hier nach 3 Satz Zwischenschritte mache, werden meine Berechnungen etwas gerundet sein. Das möchte ich vermeiden und erst zum Schluss runden. Mein Taschenrechner hat mir diese Zahl ausgespuckt. Laut Taschenrechner erhält man 1220,93 Milligramm Asche. Das sind dann ca. 1,22 Gramm Asche. Und laut der Tabelle, die ich jetzt gleich poste, kann man auch sehen, dass die Zahl 1,22 in der Spannweite 1,11 und 1,30 liegt. Und bei Rogenmehl handelt es sich um die Mehltype 1150. Also stimmt die Vermutung hier bei der Aufgabenstellung. Type 1150. Und die Herstellerangaben sind dann korrekt. So, es folgen gleich weitere Aufgaben. Es gibt noch mehrere. Bleibt dran. Bis gleich.